Klipp da, Digger! Klipp da, Digger! Hä? Oh! Gegen den Baddick, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Kurz und knapp, ich habe eine Lobby gesucht mit drei Neffen gleichzeitig. Wenn ich weiß, was ein Neffe ist, du machst dir einen neuen Account, spielst zwei, drei Röntgen, so schlecht wie möglich und dann wirst du dem Neffen nachjoinen und hast die geilsten Lobby, die es gibt. Und ich habe jetzt einfach mal getestet, wie gut Neffen wirklich sind. Mit drei Stück, also drei Accounts, die komplett scheiße sind, die man einfach mit Füßen gespielt hat, nur duckend rumgelaufen sind, die in die Luft geschossen haben. Mit drei Stück. Ich zeige euch ein paar Ausschnitte aus dieser Lobby, nur ein paar. Und ich sage euch so, wie es ist, das alte Call of Duty war in dem Moment zurück. Kein Skill-Based Matchmaking, man hatte Spaß. Klar, es waren auch ein paar Tryhards dabei. Es war jetzt nicht so, dass ich die komplette Lobby auseinandergenommen habe, aber man konnte ganz normal Call of Duty spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, das Video wird nicht lange gehen. Ihr werdet es einfach sehen, dass man ganz normal, ohne Probleme, ohne Tryhards, auch mal Noobs, die auch mal um die Ecke gucken und auch mal erst nach zwei Sekunden schießen. Nicht so Reflexe, so wie wir haben, wir Pro-Gamer. Okay, nicht Pro-Gamer, aber halt Hobby-Tryhards, so. Mit der Sniper habe ich ein nach dem anderen weggeraust. Bam, bam. Aber. Die Gegner haben auch zurückgeschossen. Nicht so schnell, aber es gab es auch welche, die super schnell zurückgeschossen haben. Also viel Spaß mit diesem Video. Falls du neu bist, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Bis. Ja, danke und danke. Ich suche jetzt mit drei Neffen. Wir machen jetzt ein Experiment. Ich suche mit drei verfickten Neffen. Drei Stück. Wir suchen mit drei Neffen. Drei, der ja. Versteht ihr das? Drei. Es sind nicht eins, zwei. Es sind drei. Und letzte Runde haben wir auf die Presse gekriegt. Drei, Jungs. Es sind drei Neffen. Guck mal. Ich wurde noch nicht angeschlossen. Habt ihr gesehen, wie lange ich mich gesehen habe? Es sieht einigermaßen auch noch aus. Okay, guck mal. Der war verloren. Der war echt verloren. Der war wirklich verloren. Oh, All Pro. Jetzt lass mich hier wieder rein, Digga. Was guck ich mir eigentlich gerade an, Digga. Jetzt mal wirklich. Ja, wie komm ich hier wieder... Bruder, welcher Mensch verfolgt... Digga, verpisst euch mal, Digga. Hä? Die verfolgen mich. Die verfolgen mich einfach. Hä? Frage. Die war Rsta. Die war Rsta. Bis zum nächsten Mal.